Machen wir noch ein bisschen? Ja! So. Bitteschön. Böhm, Snick-Time! Geh ich den letzten Mal lang. Hier war ich gerade. Hier waren voll die fett krassen Abschüsse auch noch. Äh, nein. Ich meine natürlich, hier war gerade gar nichts gewesen. Müssen wir ruhig wieder weiter gehen. Geht schon mal vor. Ich muss mir nur irgendwie die Schuhe zubinden. Die Schuhe zubinden. Kann nur sein, dass jetzt wieder gar nichts kommt. Ja. Boah, jetzt sind zu viele hier, ne? Ich hab wohl da gar nichts. Wo bist du denn? Ja, da. Ja. Boah! Boah, jetzt sind 133. Boah, jetzt sind 133. Boah! 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 Bumstick-Time! Boa, boomstick-Time! Kommer sauenmal mal. Hallöchen. Auf 1,3, glaub ich, ne? Oh, der ist schon nur 1,4 Der kriegt nix mehr Äh, warum? Gibt's ja gar keine Duels? Doch Hat er nur Geld? Ja, aber ich kann mir nur... Oh, sorry, warte mal Ich kann mir nur eine Duel kaufen Ah, ne, ich hab nur beide Ach so, du wusstest die noch gar nicht Ja, ich hab mir erst mal nur eine gekauft Okay, brauchst du noch Kohle? Nee, ist okay, ich hab... Okay Ja Habt ihr trotzdem noch gegeben? Ja, bitte Ja, ja, bitte, bitte Mal diese Formalitäten hier Tja Riech'n jetzt mal hin Okay Gucken, wo mich mein Urin jetzt hinschickt Oh, wie? Das ist ein Pipi, ja? Ja Das stimmt allerdings Das ist das Early B Emin Will those two auf Ich hab das Ja Un aus Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab's für den Kopf. In den Mund sind wir nicht. Wir müssen das nicht so gut gehen. Nein! Ich bin geräuschter. 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 Boah, der hat immer ungefähr noch... Oh nee, ey. Diese Scheiße. Hm. Ja. Alles klar. Achtgundviert wieder wieder. 167! Fisch! Es ist Raining Money! Wieso hast du dir so ein Geschenk gelaufen? Eigentlich immer ein Magazin, oder? Achso. Ich werde dich anschauen. Ich werde dich anschauen. Ich werde dich anschauen. Scheiße. Boah. Bäm. Schnauze her. Alle dran. Boah, hier ist nichts. Ui, hallo. Ja, Z-Time bei Nachladen ist klar. Oh nein, ey. Die Musik erinnert mich nicht nur an Weihnachten, die erinnert mich auch an Kevin allein zu Haus, oder wie das heißt. Ja. Hier, Sensor erzählt einfach wegen, die Stalker sind seine. Ja. Ja. Wenn ich jetzt mal wüsste, was die Stalker überhaupt sind. Als ob ich jetzt nur irgendwie hier unterscheide, ach komm, den schieße ich nicht, den schieße ich. Ey, wenn ich sei, dann darf ich so ein Spiel nicht zocken, ey. Ah, da ist keine Ahnung, wenn man vor der Hintergrund kommt. Ja sicher. Das macht mal eine Hunting keinen Unterschied. Oh, was ist denn, das wäre glaube ich völlig egal. Ja, was ist denn, das wäre völlig egal. Ja. 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 Ja.